Guten Tag! Herzlich willkommen zur Übungsstunde. Jetzt wird Deutsch gesprochen. Luis und Aisha essen im Restaurant. Sie bestellen ihr Mittagessen. Guten Tag! Was möchten Sie trinken? Hallo, ich möchte eine Cola, bitte. Guten Tag! Ich möchte ein Glas Orangensaft, bitte. Gerne! Kommt sofort! Möchten Sie auch etwas essen? Ja, ich möchte eine Bratwurst, bitte. Möchten Sie die Bratwurst mit Pommes oder Bratkartoffeln? Bratkartoffeln, bitte. Und Sie? Was möchten Sie essen? Ich möchte ein Wiener Schnitzel mit Pommes. Möchten Sie einen Salat dazu? Ja, gerne. Ich möchte auch einen Salat. Ich möchte einen kleinen Salat, bitte. Okay. Eine Bratwurst mit Pommes, Bratkartoffeln und ein kleiner Salat. Und Sie bekommen ein Wiener Schnitzel, Pommes und einen Salat. Richtig? Ja, vielen Dank. Ich möchte auch einen Nachtisch, bitte. Gut. Wir haben Apfelstrudel. Nein, danke. Ich mag keinen Apfelstrudel. Haben Sie Schokoladenkuchen? Ja, wir haben Schokoladenkuchen. Gut. Ich möchte ein Stück Schokoladenkuchen, bitte. Alles klar. Ihr Essen kommt sofort. Danke. Aisha und Louis warten auf ihr Mittagessen. Sie sind sehr hungrig. Das war ein Dialog. Du möchtest noch mehr üben? Weitere Podcasts und Videos findest du auf www.barbelia.us www.barbelia.us Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020